So, und ich wollte jetzt... Alter, wie viele von Pfeilen gespickt sind, Alter, ist ja geil. Warte mal, was waren das? F5, ne? Alter, wie viele Pfeile wir abgekriegt haben, Alter. Wie geil das nur aussieht. So, ähm, eigentlich können wir hier mal überall 64er-Stacks, glaube ich, reinpacken, Eisen. Und ich schwöre euch, wir kriegen die ganzen Öfen voll. So, warte mal, ich mach jetzt erstmal hier alles soweit voll. So, Schienen können hier eigentlich auch schon mal rein. Die Eisenbarren können natürlich hier auch rein. Dann machen wir erstmal unser Inventar leer und dann kümmern wir uns gleich um die Sachen. Ne, bräuchten wir übrigens auch mal ein bisschen mehr. Ne, der kommt hier nicht rein, da kommt Sand rein. Kommt rein und der Gewürfel hier unten natürlich auch. Dass wir da gerade übrigens zwei Stacks gesammelt haben, ist mir gar nicht aufgefallen. Äh. Ich hab doch gesagt, der kommt da nicht rein, der kommt hier rein. So. Haben wir dann nur ein Stacks gesammelt, wie es aussieht. Äh, hier, Destin rein, äh, Stone-Richtung, haben wir gar nichts mehr. Ach ja, jetzt fängt es natürlich noch an zu regeln. Das ist ja wieder wunderbar, wunderbar. Freu ich mich, geht mir das Erd auf, geht mir. So. Hier müsste das Zeug rein. Hier müsste das Zeug rein. Ja, Whetstone fehlt noch ein bisschen. Das ist aber, glaube ich, nicht so tragisch. Das ist, ist okay. Da ist ja nur das Zeug drin. Dann gehen wir erstmal zur Monster-Kiste hinten, wo die ganzen Sachen drin sind. Können wir eigentlich die Sachen, die mal abladen. Die Bones eigentlich auch mal eben so. Enderperlen haben wir mittlerweile neun Stück. Wir könnten theoretisch. Enderaugen haben wir 18 Stück. Eye of Ender. Finde ich, finde ich schon gut, irgendwie. So, Werkzeuge, da können wir eigentlich die Sachen erstmal wieder reinpacken hier. Schwert, ja komm, das nehmen wir mal mit. Vorsicht, zahlbar mit Weiß, ja nie. Ähm, Alter, unser Diamantfilm ist im Arsch. Alter, wir haben nur noch eine Diamantrüstung normal, ey. Alles andere ist im Arsch. So, dann setzen wir jetzt erstmal, ziehen wir die Rüstung an. Ach Mensch, da fühlt man sich gleich irgendwie ein bisschen daheim wieder mit so einer normalen Rüstung an. So, jetzt haben wir Melonen dabei. Ich glaube, da können wir auch gleich, äh, ein Stack beibehalten. Weil so viel Brot haben wir ja gar nicht mehr. Fackeln, die können wir eigentlich mitnehmen. Nur der Wassereimer, wo hatten wir Wassereimer? War, glaube ich, auch irgendwo bei den Werkzeugdingern dabei, ne? Hier, ja. Da brauchen wir mal der Wassereimer zu. So, jetzt kümmern wir uns mal eben um, äh, die ganzen Sachen hier. Weil wegen Erz. Alter. Das ist echt. Das ist echt unglaublich. Alter, ich glaube, wir kriegen gar nicht, wir haben gar nicht genug Öfen für den ganzen Dach hier. Und, äh, da habt ihr damals noch gesagt, ey, das sind viel zu viele Öfen. Und worauf gebraucht der so viele? Äh, jetzt wisst das. Alter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, da ist einfach zu viel. So, und die da drauf, dann hier den einen rüber, so. Das müsste jetzt eigentlich reichen, wenn wir in jede Kiste jetzt 16 Kohledinger packen. Rupala, haben wir doch einen Ofen mehr. Ja, anders. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. So haben wir dann jetzt direkt die doppelte Menge reingepfeffert, hier. Warte mal, hier dürfen nur drin sein 15, glaube ich, ne? So, die hier rein. Alter, wie viel das ist echt. Das ist unglaublich, wir haben dann mal eben 8 Stacks wieder mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann hätten wir mal eben bis hier wieder, dann hätten wir nochmal 2 Stacks, ja? Das ist schon nicht wenig. So, die können wir eigentlich theoretisch hier auch mal mitnehmen. Alter. Alter, alter, alter. Ich darf nicht dran denken, wie viel das hier echt ist. So, Kohle haben wir bis auf die unsere Reihe, die Kiste voll, ja? Hammerfett hier. Und so viel haben wir alleine in der letzten Woche fast gefarmt, ey. Das ist echt unglaublich, muss ich sagen. Oha! Ja, genau! Das musste natürlich jetzt auch noch kommen, oder was? Alter, dieser verfickte Creeper, ey. Ja, ich denke, ich rufe jemanden, ja, ich weiß. Ich meine, ich wollte sowieso den Eingang hier ein bisschen besser fahren. Aber nicht extra deswegen, wie viel da jetzt hier wird, sondern eigentlich nur deswegen, weil ich hier den Eingang sowieso umbauen wollte und umgestalten. Naja, egal, komm. Kommen wir uns später mal drum, wie ich meine. Wie gesagt, ich wollte den Eingang umbauen. Ich meine, die können jetzt eh nicht mehr pennen gehen. Alter, wie viel Eisen wir hier rausholen heute. Das ist echt unglaublich. 13. Alter Schwede, wir haben Eisen ohne Ende. Eisen ohne Ende. Eisen, Eisen, Eisen ohne Ende. Schein, dadurch haben wir jetzt schon mal wieder so viel mehr gekriegt. Alter, ich darf da echt nicht dran denken, ey. Als hier echt mal rumkommen wir jetzt später, also das ist echt schon nicht wenig hier. So, warte, wo ist die Holzreihe hier, glaube ich, ne? So, und wir sehen schon, wir haben Seeds ohne Ende. Und die werden wir auch mal irgendwann brauchen demnächst. Apfel, den können wir eigentlich in die letzte Kiste wieder schmeißen, weiß ich nicht. Holz hier wieder rein. Warte, ja. Vor allem ist zwar, wo das herkam, aber egal. Und hier kommt die Kabel für uns. Alter, echt. Ja, ich weiß, die Folge ist jetzt gar nicht mehr so spannend hier. Und heute, so, ich könnte mal ganz kurz unter M übrigens, Auto-Update-Check, ne, brauchst du nicht. Point Disable, äh, weiß Minimap kann ich eigentlich mal ausmachen. Ich weiß übrigens gar nicht, wie lange das dauern wird, bis das hier alles durchgeschmolzen ist. Das wird wahrscheinlich etwas länger dauern. Da packe ich wenigstens aber immer die Sachen hier nochmal rein. So, dann nehmen wir den Rest, den wir, glaube ich, mal mit. Dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt pennen, ne? Sagst du? Gehen wir jetzt mal richtig fett pennen hier. Alter. Der schöne Baum, den müssen wir mal wieder reparieren, da, der sollte ja da stehen bleiben. Können wir, Alter, komm, das machen wir jetzt nochmal neben mir. Ne, das waren, glaube ich, die. Oh, Wurzeliebs. Irgendwie fehlt da zwar Holz, aber das ist ja nicht so tragisch. Na, na. So, das passt schon eher. Wenn er jetzt irgendwie sehr symmetrisch aussieht, aber hier fehlt immer noch so ein Vordach wieder vor. Aber zumindest geht das jetzt schon mal. Und wir brauchen definitiv mehr Leaves, würde ich sagen. Da haben wir viel zu wenig von. Aber ich meine, in unserem Baumhaus waren noch welche, wobei ich sagen muss ja, ich habe ja, beim Kartenkopieren musste ich alle Truhen platt machen. Das heißt wahrscheinlich, ist da nichts mehr drin. Ah. Müssen wir irgendwie mal demnächst uns eine kleine Plantage oder sowas anlegen, weil ich echt, äh, ich bin da sehr sicher, dass wir da jede Menge demnächst brauchen werden. Nein, dass ich nicht daran etwa, dass ich sehr viel damit bauen möchte. Nein. Kommt ihr da rauf? Das wäre ja was ganz Neues. Na, so überhaupt nicht. Und so. Alter. Und wieder fast zwei Stacks mehr, ey. Ach ja, ach ja, das ist schon schön hier. So, ich würde sagen, wir verpissen uns jetzt mal langsam Richtung Pause. Wir machen da eine kleine Aufnahmepause. Haha. Hat sich übrigens bereimt so ein bisschen. Hause, Aufnahmepause und so. Der hat einen Pfeil dabei, weißt du, der geht rauf hier. So, dann snacken wir uns nochmal eben Brot rein hier. Und die Kirche, die müssen wir natürlich dann auch jedes Mal, ähm, äh, da müssen wir halt dann auch mal irgendwie hier einbinden demnächst. Ach ja, Mensch, das wird schon geil werden. Und ab morgen geht es dann halt weiter Terraforming-mäßig ein bisschen. Würde ich sagen. Je nachdem. Oder halt in der, oder halt in der zweiten Folge. Ich weiß das gar nicht. Ich wisst das ja nicht. Ich wisst das ja nicht. Naja. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns morgen in der neuen Folge Minecraft. Und, äh, ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Tschüss.